Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wenn es um Entscheidungen und Verpflichtungen geht, wirst du oft als freier Mensch wahrgenommen, der sich wie ein Raumkadett durch den Kosmos treiben lässt. Der heutige Tag bringt jedoch eine andere Facette deiner Persönlichkeit zum Vorschein. Mach dich auf eine veränderte Wahrnehmung gefasst, denn deine Mitmenschen werden sich von deiner Geschichte angezogen fühlen. Während du deine Sicht der Dinge darlegst, fügt sich das Mosaik der Umstände auf wundersame Weise zusammen und bestätigt deine Voraussicht. SkeptikerInnen und ZweiflerInnen werden angenehm überrascht sein, wenn sie sehen, wie sich die Puzzleteile harmonisch zusammenfügen, genau wie du es intuitiv vorausgesehen hast. Trotz aller Illusionen der Hilflosigkeit solltest du erkennen, dass in dir der emotionale Mut steckt, den Lauf der Dinge zu ändern. Verbanne die Vorstellung, dass bestimmte Handlungen unumkehrbar sind, denn tief in deinem Inneren besitzt du die Kraft, Veränderungen herbeizuführen. Wenn es eine Weile her ist, dass du dich das letzte Mal sportlich betätigt hast, fang heute mit einer kleinen Anstrengung an. Gehe spazieren und lege die Strecke lieber zu Fuß zurück, als dich auf das Auto zu verlassen. Denke daran, dass jede Reise mit einem einzigen Schritt beginnt. Atme tief ein, atme langsam aus und nimm den Mut zusammen, den entscheidenden ersten Schritt in Richtung Wohlbefinden zu tun. Die Atmosphäre ist voller aggressiver Untertöne, die die Gespräche mit einem Gefühl der Selbstsicherheit durchdringen. Nimm dich vor Menschen in Acht, die eine passiv-aggressive Haltung dir und deinen Bemühungen gegenüber einnehmen. Konfrontiere solche Personen direkt und offen und weigere dich, verschleierte Negativität zu tolerieren. Deine Interaktionen müssen nicht durch verdeckte Feindseligkeiten getrübt werden, und es ist dein Recht und deine Verantwortung, diese Probleme offen anzusprechen. Ego-Konflikte drohen, wenn du nicht darauf achtest, dass du deine Bitten sorgfältig formulierst. Die Gefahr von Missverständnissen ist groß, und du könntest deinem Partner oder deiner Partnerin ungewollt tyrannischer erscheinen als beabsichtigt. Die Ursache kann in einer gestörten Kommunikation liegen, aber ein authentischer Austausch von Herz zu Herz ist der Schlüssel zu einer schnellen Lösung. Führe einen offenen und aufrichtigen Dialog und ebne so den Weg für gegenseitiges Verständnis und Harmonie. Die kosmische Ausrichtung orchestriert eine Symphonie zu deinen Gunsten, die eine Welle positiver Energie und aufregender Gelegenheiten einläutet. Mach dich in dieser Woche auf eine wunderbare Überraschung gefasst, ein himmlisches Geschenk, das deine Stimmung heben und dir neue Möglichkeiten eröffnen wird. Ganz gleich, ob sich dieser positive Zustrom in deiner Karriere, deinen Beziehungen oder in deinem Privatleben bemerkbar macht, nutze die Gunst der Stunde und verfolge deine Träume mit unerschütterlichem Vertrauen. Vertraue auf die kosmische Unterstützung, die dich umgibt, und beobachte, wie die Sterne dich zu Erfolg und Erfüllung führen. Es ist eine Zeit zum Feiern und Genießen der guten Nachrichten, die dich auf dieser kosmischen Reise erwarten. Der Neumond im Skorpion, der in Opposition zum rückläufigen Uranus im Stier steht, markiert eine Zeit, in der du dich der Authentizität verschreibst. Dieser himmlische Tanz fordert dich auf, im Takt deiner eigenen Trommel zu marschieren, die Zügel deines Schicksals wieder in die Hand zu nehmen und der Welt dein wahres Ich zu präsentieren. Erkenne die Macht in dir an, deine Geschichte zu gestalten, und genieße die Reise der Selbstentdeckung und Ermächtigung. Diese Konstellation bedeutet einen Moment, in dem du deine Individualität annehmen und selbstbewusst durch die kosmischen Strömungen des Lebens navigieren kannst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Weltkarte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines wichtigen Ziels oder Meilensteins. Sie steht für ein Gefühl der Vollendung und für einen Moment der Ganzheitlichkeit. Für den heutigen Tag deutet die Welt darauf hin, dass du kurz davor stehst, etwas Bedeutendes zu erreichen. Es ist an der Zeit, deine Erfolge zu feiern und das Gefühl des Abschlusses und der Erfüllung zu erkennen, das mit dem Erreichen deiner Ziele einhergeht. Die 5 der Stäbe ist eine Karte des Konflikts, des Wettbewerbs und des Kampfes. Sie steht oft für das Aufeinanderprallen von Ideen oder Interessen, was zu vorübergehendem Chaos oder Spannungen führt. Heute zeigt die 5 der Stäbe an, dass du vielleicht auf Widerstände oder Meinungsverschiedenheiten stoßen wirst. Es ist wichtig, Konflikte mit Diplomatie anzugehen und Wege zu finden, Differenzen zu lösen, ohne unnötigen Streit zu verursachen. Das umgekehrte Ast der Münzen deutet auf eine Verzögerung oder eine verpasste Gelegenheit in den materiellen oder finanziellen Aspekten des Lebens hin. Es kann darauf hinweisen, dass ein potenzieller Start oder ein neues Projekt auf Hindernisse stößt oder sich nicht wie erwartet manifestiert. Das umgekehrte Ast der Münzen rät dir heute, deine finanziellen oder materiellen Vorhaben neu zu bewerten und zu überlegen, ob es verpasste Gelegenheiten oder finanzielle Rückschläge gibt, die du angehen musst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf eine Mischung aus Erfolgen, Konflikten und finanziellen Überlegungen hin. Die Welt feiert deine Errungenschaften und den Abschluss einer bedeutenden Phase, während die Fünf der Stäbe dich ermahnt, alle Konflikte, die entstehen könnten, mit Takt und Verständnis zu lösen. Das umgedrehte Ast der Münzen fordert dich auf, deine finanziellen Bemühungen zu überdenken und verpasste Chancen zu nutzen. Feiere heute deine Erfolge und erkenne sie mit Dankbarkeit an. Wenn du mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst, solltest du sie im Geiste der Zusammenarbeit angehen und dich um eine friedliche Lösung bemühen. Nimm dir außerdem die Zeit, deine finanziellen Ziele neu zu bewerten und alle Hindernisse oder verpassten Gelegenheiten bei deinen finanziellen Unternehmungen anzugehen, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF, 2020